Lass uns mal zwei, drei Worte über Konkurrenten und Konkurrenz in deinem Markt verlieren. Denn du musst dir in Deutschland als Dienstleister in der Regel überhaupt gar keine Sorgen machen um deine Konkurrenz. Weil deine Konkurrenz sind einfach verdammte Pfeifen. Real Talk. Die meisten Dienstleister in Deutschland sind so schlecht, wenn ich mir alleine so den Bereich Coaching, Beratung, Agenturen, Software und so weiter anschaue. Die sind so ultra schlecht, dass es einfach mit halbwegs sinnvollem Vertrieb, halbwegs sinnvollem Marketing so einfach ist, denen die Kunden wegzunehmen. Du nimmst die den Leuten einfach weg. Selbst wenn die jahrelang bei denen Bestandskunden waren, kannst du einfach hingehen, Sachen besser machen und den Leuten die Kunden wegnehmen. Das ist die Realität. Warum? Weil in dem Land hier einfach noch nie jemand bis vor ein paar Jahren systematisch Online-Marketing gemacht hat, Verkaufen strukturiert hat. Die Leute haben noch nicht einmal Verkaufsskripte im Einsatz. Da macht ein Vertriebler alles, statt mal die Rolle auf drei verschiedene Rollen aufzuteilen im Vertrieb. Leute haben keine CRM-Systeme. Wenn sie CRM-Systeme haben, dann sind die scheiße konfiguriert. Sie machen kompletten Müll. Sie haben null Prozesse, null Strukturen. Und im Fulfillment geht es doch weiter. Im Fulfillment gibt es kein geiles Onboarding bei den meisten Sachen. Die Produkte, die Angebote sind wirklich Schrott. Leute haben keine Ergebnisse damit. Sachen sind überteuert. Wenn die Konkurrenz, Real Talk, so viel Angriffsfläche euch lässt, dann ist es ultra einfach erfolgreich zu werden binnen kürzester Zeit. Schaut euch mal einfach nur uns an, uns Bauligs. Wir haben doch seit 2016, jetzt mal for real, wir haben doch diesen Markt einfach für uns hergetrieben. Es war doch sehr, sehr einfach, relativ gesehen, jetzt hier erfolgreich zu werden in Deutschland, Österreich und der Schweiz, weil die Konkurrenz so schwach war. Was war denn in 2016? Alle haben so irgendwelche Informationsprodukte verkauft. Alle haben so angefangen, Hochpreis zu verkaufen. Wer hat denn Ergebnisse geliefert? Wer hat Testimonials geliefert? Wer hat mal Leute in die Fünfstelligkeit gebracht pro Monat? Wer hat Leute zu 100.000 Euro und mehr gebracht nach wenigen Monaten oder im ersten Jahr? Ja, das waren wir. Wir haben das etabliert. Wer hat sich mal ZÜV-zertifizieren lassen? Das waren wir. Wir haben das etabliert. Wer hat Ergebnisse geliefert, Falschstudien produziert? Wer hat mal zugelassen, dass Bewertungsportale überhaupt eine Rolle gespielt haben? Wer hat sich dann mal aktiv auch bewerten lassen? Das waren wir. Wer hat ein Account bei Trustpilot aufgebaut mit über 200.000 Bewertungen, glaube ich, mittlerweile? Das waren wir. Es ist so einfach, die Konkurrenz an die Wand zu spielen, wenn du selber mal auch nur ein klein bisschen Mühe dir gibst und mal ein bisschen mehr über dieses erste, yo, ich habe jetzt einen Kunden geworden, ich habe ihn abgeschlossen, ich habe sein Geld. Wie kriege ich den Nächsten? Wenn du mal aufhörst, so zu denken, so dich mal fragst, hey, wie kann ich diesen Kunden jetzt maximal einen Mehrwert liefern? Wie kann ich dafür sorgen, dass er mich liebt? Wie kann ich dafür sorgen, dass er sein Geld sofort raus hat? Wie kann ich dafür sorgen, dass er Ergebnisse hat, dass er die ganze Zeit bei uns bleibt? Wenn ihr mal diese Fragen stellt und mal kundenfokussiert vorgeht, dann ist es so einfach, in diesem Land einen Markt zu erobern. Die Qualität schippt in den meisten Fällen nicht. Und dann, wie gesagt, die Konkurrenten, die sind so schwach. Wenn die Kaltakquise machen, die hören einen Vorwand, die hören einen Eiwand, die hören irgendeinen Gelaber. Die schlucken sofort alles, was die Leute sagen. Leute sagen, sie haben keinen Bedarf, sie schlucken es. Leute sagen, sie haben bereits eine Agentur, sie schlucken es. Leute sagen, sie sind bereits gut versorgt und so weiter. Sie schlucken es. Leute sagen, sie wüssten bereits, wie es geht. Sie schlucken es einfach. Ihr schluckt einfach jede Scheiße, die euch irgendein Lead, ein Interessent, ein Potenzialer Kunde erzählt. Und aufgrund dessen verkauft ihr nichts, weil ihr einfach die Realität des Kunden kauft und nicht eure Realität dem Kunden verkauft. Und nicht nur ihr macht das, sondern auch all eure Konkurrenten. Deswegen sind die so unfassbar schlecht. Und deswegen könntest du, wenn du willst, auch erfolgreich sein. Aber du machst es nicht. Warum? Machst du es nicht, weil du genau wie die ganze Konkurrenz Mindset-Problem hast. Heute hier in Deutschland haben doch alle Mindset-Probleme, sich mal was zu gönnen. Wenn du nicht selbst hingehst und dir mal irgendwas Teures gönnst, wenn du selber mal kein Investment tätigst, wenn du selber nicht das Beste kaufst, sowohl im Business als auch im Privatbereich, wenn du selber nicht investierst, wenn du selber nicht Luxus konsumierst. Wie kannst du erwarten, dass dann dein Kunde bei dir viel Geld investiert? Wie kannst du erwarten, dass ein Kunde bei dir einen Premium-Support bekommt, wenn du selber noch nie eine Premium-Lösung gebucht hast? Wie kannst du es erwarten, dass du weißt, wie sich Premium anfühlt für Premium-Kunden, wenn du selber kein Premium-Kunde bist? Und nicht nur du, sondern auch deine ganze Konkurrenz, die macht das nicht. Und deswegen, sobald du dein Mindset shiftest, selbst anfängst, dich im Premium-Segment umzuschauen, zu schauen, was sind die Dinge, auf die Premium-Kunden reagieren, dann bekommst du sie auch, aber du musst selbst so werden. Du kannst nicht gleich bleiben, du kannst nicht dieselbe Person bleiben und andere Ergebnisse erwarten. Heißt also, du und der gesamte Markt ist jetzt, und das ist immer noch in Deutschland so, in jeder einzelnen Nische, ist so einfach auseinanderzunehmen. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie simpel das ist. Das ist auch der Grund, warum unsere Kunden in all den Märkten so am Dominieren sind. Nicht nur, weil sie die besten Prozesse haben, die besten Verkaufsskripte haben, die besten Ads schalten, sondern weil es einfach so einfach ist, weil sie widerstandslos einfach hinüberwalzen können über diese gesamten Konkurrenten, die es in diesen einzelnen Märkten geht. Das gibt es einfach alles Lappen. Ich schwöre euch, in jedem einzelnen Markt sind die ganzen Leute entweder Mindset-Technik, Sales-Technik, Qualitätstechnik, Fulfillment-Technik, Automatisierungstechnik, Software-Technik einfach so schlecht aufgestellt, dass ihr nahezu darum bettelt, plattgemacht zu werden von einem Kunden von uns. Dass ihr nahezu darum bettelt, von jemandem wie mir auf eurem eigenen Feld deklassiert und geschlagen zu werden. Beispiel Software. Was haben wir mit Learning Suite nicht innerhalb von einem guten Dreivierteljahr nicht alle Leute plattgemacht, die irgendeine Art von deutschsprachige Learning Software gebaut haben. Nicht nur, die sind die Ami-Tools deklassiert, weil die Müll und Schrott sind, aber auch die gesamten Leute in Deutschland, die irgendwelche Lösungen da gebaut haben, wurden doch von Learning Suite überrollt. Das Ding hat einen fetten siebenstelligen ARR. Und das bei einem Kundenwert, der höher ist als alle eure. Ihr habt doch gar keine Chance mehr, euch zu differenzieren. Ihr könnt hinterher programmieren, so viel ihr wollt. Ihr könnt da rumheulen, ihr könnt nur mit Preisen argumentieren. Aber euer Marketing ist scheiße, eure Kundenbindung ist scheiße, euer Onboarding ist scheiße, euer Vertrieb ist scheiße. Alles bei euch ist Schrott. Und bei Learning Suite ist alles davon geil. Und deswegen dominiert die Plattform. Und Leute kaufen gern bei Gewinnern. Und Leute wollen gern die Lösung, die langfristig weiterentwickelt wird, langfristig, die an Features hat, langfristig geiles Marketing hat, geile Community hat und so weiter und so fort. Ihr checkt es nicht. Und deswegen werdet ihr auseinandergenommen, weil ihr so schwach seid. Ihr seid so schwach, dass es euch am besten einfach ergeben sollte. Das ist nämlich die Wahrheit. Ergebt euch einfach, es wäre einfach für euch. Macht was anderes, es ist besser. Aber wenn ihr nicht dasselbe Mindset habt, nicht dieselbe Attitude habt, nicht dieselben Prozesse habt, dieselben Skills habt, dasselbe Marketing, dasselbe Sales, dieselbe Technologie im Hintergrund, dann habt ihr sowieso keine Chance. Und weil das aber der Fall ist, weil in jedem einzelnen Markt, in jedem einzelnen Markt, die Konkurrenz in diesem Land keine Kultur hat, was das Thema Sales, Mindset, Marketing, Digitalisierung, AI mittlerweile und so weiter angeht, ist es so einfach, alle zu überrollen. Und da ist die Gelegenheit doch für dich. Wenn du mit der richtigen Attitude mal hingehen würdest und mal aufhörst rumzuheulen und nicht sagst so, boah, ich mache 20, 30 K im Monat, das reicht mir erst mal, dann könntest du schon Millionär sein. Du könntest jetzt schon eine hohe siebenstellige Summe auf der hohen Kante haben. Du könntest vielleicht sogar mit deinem Firmenwert eine achtstellige Net Worth haben. Ja, du könntest wirklich jemand sein, der was gerissen hat im Land hier. Aber nein, du bist, weil es dir jetzt schon reicht und du Mindset-mäßig schwach bist, einer von diesen Lappen, der als nächstes irgendwann von der erstbesten Person, die es wirklich ernst meint, in seinem eigenen Markt wegdominiert wird, einfach deklassiert wird, ausgebotet wird, eliminiert wird, vom Markt weggefegt, ausradiert wird. Das ist, worum es hier geht. Und Leute, merkt euch eine Sache. Viele Nischen sind noch so jung, dass jetzt gerade erst das Thema anfängt, dass alle da positioniert sind. Ja, jetzt geht es los mit der Differenzierung. Ja, was für eine Story erzähle ich, die so ein bisschen anders ist. Aber nach der Differenzierung kommt nur noch Qualität. Nach der Qualität kommt nur noch, wie kostengünstig kann ich das Ganze durchführen. Wie sauber sind meine Prozesse. Und wenn ihr da jetzt nicht anfängt zu bauen, wenn ihr nicht diesen marktdominierenden Gedanken habt, wenn ihr nicht sagt, ey, ich mache meinen Job hier nicht mehr nur, um mich selbst zu ernähren oder meine Mitarbeiter zu bezahlen, sondern ich mache meinen Job, weil ich der Beste in meinem Markt bin. Und nicht nur, weil ich der Beste in meinem Markt bin, mache ich das Ganze hier, sondern weil ich auch jeden einzelnen Kunden davor retten muss, bei den anderen Wackos, die es im Markt gibt, etwas zu kaufen. Weil wenn jemand was bei dir nicht kauft, kauft er bei der schlechten Konkurrenz. Und hat dann da keine Ergebnisse und sagt, alle Angebote, die so sind, sind schlecht. Und damit wir auch deins schlechten, andere Leute kaufen dann bei dir auch wiederum nicht. Und deswegen ist es deine Pflicht, dass du in diesem Land, wo alle so Lappen sind in ihrem Markt, einfach alle fertig machst, einfach alle ausradierst, die Schwachstellen findest, deine Konkurrenz eliminierst, eiskalt ausradierst, egal ob du Coach, Berater, Trainer, Experte, Agenturinhaber bist, du musst die Leute einfach platt machen und darum geht's. Und wenn du nicht gewillt bist, das zu tun, wirst du vielleicht noch nicht dieses Jahr, vielleicht auch nicht nächstes Jahr, aber in drei bis vier Jahren einfach eliminiert und bist weg. Und dann erinnert sich keiner mehr an den Typ, der vor drei, vier Jahren mal 30, 40k gemacht hat im Monat, der mal ganz gut darin war, seinen Podcast zu pflegen und dann mal aus ein paar Leads zu ziehen oder der mal einen Kaltakquise-Call beherrscht hat und mal einen Opener hatte oder zwei, mit denen er das Ganze gemacht hat. Ja, an den Typ erinnert sich gar keiner mehr. Leute erinnert sich nur an die Leute, die mehrfach sieben oder besser noch achtstellige Businesses gebaut haben, die Player waren in ihrer Branche, die eine Branche revolutioniert haben und die Gewinner geworden sind. Und der Gewinner, der nimmt am Ende sich sowieso alles in der Branche. Die Gewinner bekommen 80% der Kohle, die in dem Markt verdient wird und was die Leute am Ende des Tages unterscheidet, zu Beginn ist eigentlich nichts. Ja, alle sind am Anfang gleich. Dann kommt die Attitüde, diese Attitüde im Kopf, dass man diesen Klick-Effekt hat, dass man sieht, warte mal, ich bin in ein paar Teilbereichen besser, deswegen bin ich ganz gut momentan. Aber was ist, wenn ich in jedem einzelnen Bereich exzellent werden würde? Sales, Marketing, Fulfillment, Organisation, Prozesse, Automatisierung, Digitalisierung und dann Skalierung. Was ist, wenn ich in all diesen Bereichen exzellent wäre? Was ist, wenn ich mich darauf einlassen würde? Könnte ich dann Multimillionär werden? Könnte ich dominieren? Könnte ich die Person werden, die nicht nur sich selbst versorgt, sondern die ganze Familie versorgt, alle Mitarbeiter versorgt, deren Familien versorgt, die Kunden versorgt, die Kundeskunden versorgt, mehrere Generationen absichert, könnte ich die Person sein oder bin ich einer von den 30k Unternehmer Hartz-IV-Lappen, der am Ende des Tages nie was gerissen hat und an den sich niemals jemand irgendwer erinnern wird. Warum? Weil er hatte 50 Kunden. Sucht's euch aus.